Herr Bundespräsident Van der Bellen, langsam aber sicher mache ich mir große Gedanken und Sorgen um Ihre Gesundheit. Wenn ich Sie richtig zitiere, haben Sie, Zitat, volle Sympathie für das Rauchverbotsvolksbegehren, würden es selbst gerne unterschreiben, wenn Sie nicht Bundespräsident wären, und es sei Rauchern selbstverständlich zuzumuten, hinauszugehen, wenn Sie, ich zitiere wieder, denn unbedingt eine Zigarette rauchen wollen. Starker Tobak von einer Person, die jeden Tag das gesetzliche Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden bricht, die Hofburg samt dem antiken Stuck fahrlässig einräuchert und mit dessen der in der Lunge die halbe Südautobahn restauriert werden könnte. Ich meine, selbstverständlich können auch Raucher für Rauchverbote eintreten. Es sollen ja auch schon Jungfrauen Kinder bekommen haben. Und auch der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un tritt täglich für den Frieden ein. Herr Van der Bellen, ich hätte jetzt nur folgenden Vorschlag. Bevor Sie die Restbestände Ihrer Glaubwürdigkeit wie andere Haus und Hof verlieren, sofortiges Rauchverbot für Sie in der Hofburg, wie in allen anderen öffentlichen Gebäuden unseres Landes auch. Gehen Sie erstens vor die Türe, zweitens mit gutem Beispiel voran und drittens halten wenigstens Sie die Mindeststandards unserer derzeit geltenden Gesetze ein. An Ihren Amtseid brauche ich Sie hoffentlich nicht gesondert zu erinnern. Ansonsten sind Ihre nunmehrigen Äußerungen bestenfalls als Revanchefall an der Bundesregierung parteipolitisch leicht durchschaubar. Das wiederum schädigt zwar nicht Ihre Lunge, aber dem Ansehen Ihres Amtes.